persönliche Zweifel sind aufgetaucht, ein aufgeblasenes Ego, arrogante Denk- und Verhaltensmuster, Überlegenheitsgefühle, ein Mangel an Empathie und Rücksichtnahme, dafür eine übersteigerte Vorstellung davon, Aufmerksamkeit verdient zu haben, hinter der aufwendig massierten Fassade ein wackliges Selbstwertgefühl und eine erschreckende Leere, typische Eigenschaften, die bei Narzissten erwartet werden. Was tun, wenn sich darauf Hinweise im eigenen Denken und Handeln finden lassen? Dann taucht möglicherweise die quälende Frage auf, bin ich ein Narzisst oder eine Narzisstin? Carsten Loack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Wer erfahren hat, wie es ist, unter Narzissten zu leiden und sich des Themas bewusst geworden ist, neigt mitunter dazu, sich zusätzliche Sorgen zu machen. Oft belastet dann die Frage, selbst zu den Narzissten zu gehören. Besonders häufig ist das der Fall, wenn ein Elternteil starke narzisstische Tendenzen hat. Wobei im Grunde schon die Sorge ein gutes Zeichen ist, denn Narzissten empfinden ihr Verhalten ja nicht als Problem. Für die hoffentlich erste Beruhigung folgen zwölf Hinweise, nicht zu den toxischen Narzissten zu gehören. Achtung! Dieser Beitrag gilt nicht der Diagnostik pathologischen Narzissten, sondern dem Ziel, fiesen Zeitgenossen aus dem Weg zu gehen und sich nicht ausnutzen zu lassen. Zur Vereinfachung nenne ich Menschen mit deutlich narzisstischen Tendenzen, ob Frauen oder Männer, Menschen, die andere Menschen verletzen oder benachteiligen, an dieser Stelle Narzissten. Und ja, für die Verständlichkeit vereinfache ich mitunter und widme den jeweiligen Themen dann eigene Beiträge. Zwölf Hinweise, nicht selbst zu den Narzissten zu gehören. So gut wie jeder Mensch zeigt Eigenschaften bei Wahrnehmung, Denken und Handeln, die zu Narzissten passen und auf der Liste der möglichen Hinweise stehen. Doch erst Menge und Kombination machen die Giftigkeit. Diese Giftigkeit, oft wird auch von Toxizität gesprochen, ist es, die für andere Menschen zum wesentlichen Problem wird. Und welcher reife Mensch will das schon? Hier in Kurzform zwölf Hinweise dafür, selbst kein Narzisst, keine Narzisstin zu sein. Es ist ein sehr gutes Zeichen, ehrliche Freunde zu haben. Vor allem, wenn diese Freunde auch unbequeme Rückmeldungen geben dürfen, ohne aus der Kontaktliste gestrichen zu werden. Das ist ein deutlicher Hinweis. Denn Narzissten haben bestenfalls Bewunderer und Handlanger im Gefolge, Menschen, die keine eigene Meinung äußern dürfen. Zweitens, die Fähigkeit, mitfühlen zuzuhören. Gutes Zuhören ist ein gutes Zeichen, vor allem, wenn es so gehört wird, weil andere Menschen und ihre Bedürfnisse uns am Herzen liegen. Empathie ist dann nicht nur so ein Wort, wenn wir dazu in der Lage und Willen sind, uns in andere Menschen auch hineinzuversetzen, deren Perspektive zu erkunden, wirklich interessiert zu sein. Narzissten setzen bestenfalls auf kognitive Empathie, um die Erkenntnisse auszunutzen. Drittens, Authentizität Authentisch zu sein, ist ein weiterer Grund aufzuatmen. Narzissten verstellen sich, wenn es darauf ankommt, und sie wissen sich als geübte Manipulatoren so darzustellen, dass die Menschen im Umfeld nach ihrer Pfeife tanzen. Wobei hier mit Authentizität gemeint ist, sich möglichst konsistent der eigenen, hoffentlich respektvoll wertschätzenden Werte zu verhalten, im Sinne von Walk it Talk. Viertens, Menschen mögen. Zu wissen, dass es auch andere Menschen gibt, die eine Bereicherung sind, ist ein beruhigender Hinweis. Das gibt einen weiteren Pluspunkt, wenn damit nicht gemeint ist, Menschen vor allem als willenloses Publikum zu betrachten. Fünftens, in der Lage sein, um Hilfe zu bitten. Andere Menschen bei Bedarf, um Hilfe zu bitten und sich unterstützen zu lassen, ist gut. Narzissten hingegen haben die Weisheit für sich gepachtet und akzeptieren nur Handlanger und keine Experten. Sechstens, Wohlwollen und die Fähigkeit, sich mit anderen zu freuen. Es ist wunderbar, sich für andere Menschen freuen zu können. Narzissten hingegen reagieren neidisch darauf, wenn andere Menschen etwas erreichen, etwas besitzen, das aus ihrer Sicht nur ihnen selbst zusteht. Das Ganze hier ist Zeitverschwendung und überhaupt Unfug. Wer so denkt, hat möglicherweise ein Problem mit dem Thema. Achtens, Kritikfähigkeit. Zu Fehlern zu stehen und sich ehrlich entschuldigen zu können, gehört zu gestandenen Persönlichkeiten. Narzissten erlauben nicht, dass an ihrer angeblich makellosen Persönlichkeit auch in der kleinsten Delle sichtbar wird. Solche Zeitgenossen meinen, Fehler würden nur die anderen machen. Narzisstische Zeitgenossen bestehen auf ihr Recht, selbst wenn das unhaltbar ist. Kleinste Hinweise werden als Blasphemie empfunden und geahndet. Neuntens, Augenhöhe. Anderen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und Verantwortung gegebenenfalls auch abgeben zu können, ist wunderbar. Die Fähigkeit als Teamplayer zu handeln, ist ein deutlicher Hinweis, keine allzu dominanten narzisstischen Tendenzen zu haben. Zehntens, ein Gewissen haben und Gewissensbisse kennen. In der Regel bedauern Narzissten hier noch so unangemessenes Verhalten nicht wirklich. Eine Möglichkeit, um herauszufinden, ob wir selbst ausgeprägte narzisstische Tendenzen haben, ist, herauszufinden, wie wir uns fühlen, nachdem wir uns auf unfaire, manipulative oder andere bedenkliche Weise verhalten haben. Dominiert dann das Gefühl, das eigene Verhalten ist gerechtfertigt oder führen wir uns schlecht wegen unserer Handlung? Wie steht es mit dem Gewissen? Meldet sich das Gefühl, daran arbeiten zu sollen, sich zu ändern oder geben wir den Menschen in unserer Umgebung die Schuld? Sind wir uns unser Selbstbewusst genug, um zu erkennen, dass wir unabhängig davon, was der Auslöser für unser unerwünschtes Verhalten war, die Verantwortung für unsere Handlung tragen und verfügen wir über genügend Einfühlungsvermögen, um die Auswirkungen unseres Verhaltens auf andere Menschen zu bedauern und das in Ordnung bringen zu wollen? Wenn wir uns bewusst sind, dass unsere Handlung andere verletzen, wenn wir uns schlecht fühlen wegen dem, was wir getan haben, und daraufhin unser Verhalten ändern und die volle Verantwortung für unsere Handlung übernehmen wollen, dann stehen die Chancen gut, dass wir nicht allzu ausgeprägt narzisstische Persönlichkeits-Tendenzen haben. Auch wenn wir vielleicht einige narzisstische Züge haben. Narzissten meinen, der Zweck heilige die Mittel. Ja und? 11. Nicht im Mittelpunkt stehen zu müssen. Ist es möglich, sich auch mal zurückzunehmen und anderen Menschen die Bühne zu überlassen, ohne wütend zu werden? Narzissten wollen steht zum Mittelpunkt stehen, wollen das Geschehen dominieren. 12. Noch keine Entwarnung? Trotz meiner Hinweise stellt sich keine fühlbare Erleichterung ein. Einzelne Kriterien, die zum Gesamtbild von Narzissten gehören, lassen sich bei vielen Menschen finden. Narzissten, unter denen Menschen zu leiden haben, zeigen meist eine Vielzahl oder sogar oft alle Kriterien. Bleiben immer noch ehrliche Sorgen, eine Narzisstin oder Narzisst zu sein, dann ist auch das ein gutes Zeichen, denn wer sich so sorgt, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Typische Narzissten wären sogar stolz darauf, Narzissten zu sein. Wie hilft dieses Wissen? Mögen diese Informationen dazu beitragen, problematische Menschen wie Narzissten zu erkennen und sich auch der Auflösung eigener Verhaltensweisen zu widmen, wie narzisstischen Tendenzen? Wir alle haben Potenziale und persönliche Entwicklung lohnt sich. Lassen wir nicht zu, dass Überzeugungen wie der Zweck heilig die Mittelraum bekommen. Gibt es Erfahrungen mit Narzissmus, Tipps und andere respektvolle Kommentare? Wie können wir dafür sorgen, dass andere und wir selbst uns für einen fairen Austausch auf Augenhöhe einsetzen? Tauschen wir uns aus, unterstützen wir uns, machen wir uns gut. Carsten Noack, geben wir den Weg ein Stück gemeinsam, passt gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Vielen Dank.